Ich spiele auch immer beschissen, außer wenn ich mir Mühe gebe. Meistens gebe ich mir halt nicht Mühe, einfach so, sondern ich spiele das ja nicht um hier in Dauer zu schwitzen vor meinem Monitor, Alter. Ich laufe manchmal einfach nur rum und schießen. Nein, mache ich gar nicht. Ich scheiße einfach drauf. Meistens laufe ich hier echt nur rum und schieß auf irgendwas, was ich hier sehe. Das juckt mich gar nicht. So in der Woche auf jeden Fall. Was? Die Range. Oh mein Gott. Nur in Osiris. Ah, I can remember me. Was für eine Range, die ich hab, geholt hab, ne? Ich bin full life, geholt mich. 5 Meter. Alter. Oh, genau über mir. Was geht ab bei ihm? Ich bin abgehauen. Auch manchmal ist die KLA echt behindert, leider. Mit dieser Gardehemmung. Ich spiele schon bei 6 gegen 6, ist ja mega blind. Ich bin voll geil. Ich bin voll geil. Ne, geht. Ich bin voll geil. Stresssituation. Ja, der überliebt das mit so ein bisschen. Ja, der überliebt das mit so ein bisschen. Der Typ und seine Brandsatznates. 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 Er spricht total für ein Wolf. Der Typ und seine Brandsatznates. Der Typ und seine Brandsatznates. Der Typ und seine Brandsatznates. ja im wundernst du es halt nun oh da hat kein fremd dran weiter das wird mein Leben gerettet und ich sterbe trotzdem ja weil es zu laut ist in der Party anscheinend hey wir reden kaum ich bin in dem Weg es bleibt nicht hier voll Graf und Sven lass ich jetzt dauergestummt keine Lust über die stummig Dauer mitten im Spiel und so wenn die irgendwas gegen mich haben können die mir das auch sagen einfach ja nee nee es ist voll auf der Fall einfach die stummig Dauer ich würde es nicht mehr um die Sturz ich würde es nicht mehr um die Sturz rechts oder links? ja scheiß doch was Blader machen nice man hinter dir nice vierfach die sollten keine Heavy haben gut ist ich muss das Spiel ooooh Ich hab grad versucht den 3% Rabattcode bei MMOEGA zu beantragen. Storm down. Gucken was der jetzt nochmal antwortet. Amazon ist ja schon aktiv. Ey unser Lore. Da sind jetzt nur Klicks drauf gewesen. Der Loren. Der leckt so heftig. Keinen Kauf zustande bekommen über den Link halt irgendwie. Oh, Entschuldigung. Das ist doch nicht schlimm. Ich hab erst mal nur alles aufgebaut schon mal. Damit ich mich später nicht drum kümmern muss. Weißt du? Wegen. Ja, schön, ja. Alles gut. Was, man kann nicht mal ein Wurfmesser werfen? Ja, dann sollten sie was auch rausnehmen, dass es leuchtet, man. Ist ja auch total dumm. Was? Ja, mit Schrot, Mann, ey. Ich prophezeie, meine KD ist über 3. Hinweis, bitte beachten Sie die Partnerregeln. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihren Affiliate Link für eigene Käufe zu nutzen. Betrifft Bestellnummer, Pipapo. Infos für solche vermieden werden können. Ja, ok. Ja, ja.